Natürlich, der Bass, Alter, der Bass lässt mich richtig zum Kommen, ey. Ich bringe mich ja auch auf das zum Kommen, ne? Nein. Ja, zu Aldi. Hast du das, der ist da? Nein, ich bringe sie immer nur in die Küche. Ich kann aber kochen, ne? Ja, du stehst wieder so. Mama, kannst du kochen? Herbert aka Lukas ist zu zu Support. Ich kann wirklich kochen. Fünf gewechselt. Wahrscheinlich so Fettignudeln, Alter. Das auch. Ne, ich kann wirklich nicht kochen, das macht immer mein Freund. Dafür putze ich die Wohnung. Du kriegst bestimmt nicht mal Fettignudeln hin, ey. Das würde ich schon immer sehen kriegen. Wirklich nicht, ey. Ja, sag mal froh, die Hälfte der Exo kann nicht mal einkaufen gehen, ne? Warum ist hier ein... Ja. Ist DT gerade. Um. Hier liegen irgendwie überall Nagelbänder. Ach, die sind noch von heute Mittag. Ja, es ist schön, dass die auch mal einflügt, ne? Ja, ne, sicherlich nicht, weil ich nicht dabei war. Kein Hattel raus. Alter, Armstens, fang dich. Was rammst du? Lass es doch. Ey, lass es doch. Ah, äh, kommst du? Lass es doch. Äh, es ist hier, Marker, ist jeder da. Es ist wieder da. Es ist wieder da. Er ist echt wieder da. Er hat mehr Lohn bekommen. Er hat mehr Lohn bekommen. Er hat wieder Bock. Wer beladet? Beladet? Beladet. Er ist gerade rausgegangen. Wer beladet? Ich geb er dann wieder raus. Na, brauchen wir. Alles, ne? Wer fährt? Ich fahre. Will greift einfach. Ja, MZ Ente, dann beladet du. Und der Rest? Beladet? Welche Route? Herr WKH, Lukas hat den Channel betrieben. Ja, dann Channel Fighter beladet, aber MZ Ente fährt. Ah, es geht wieder da und was war jetzt los? Alexi, wir sollen, sollen wir dich mitnehmen? Ja. Oh. Welche Rote, Rote, Rote. Hey, weh. Hey, weh. We're ready to hell. Da, da. Da, da. Hey, Alexi. Herbert, nehmt die auch einfach. Hä? Alexi, leg die jetzt drauf. Was? Nimm die auch eine Kiste. Ich glaube, ich kann so nicht einsteigen. Ich glaube, der SWT fährt ohne Kisten. Ey, das musst du echt mal machen. Du musst jetzt nicht fahren. Du musst erst aufgelassen werden. Herbert, ich kann nicht fahren. Herr Merck. Warte, Herbert, ich fahre nicht im Marker. Jetzt aber. Jetzt klau dir schnell eine. Warte, Kisten. Ja, nimm die Kisten. Kisten mit. Lexi, nimm dir eine und Herbert, nimm dir auch eine. Ja. Richtig, Arme. Ja, Shadow auch. Da muss Shadow aber mit uns fahren. Und wir sind schneller. Also, das geht. Passte einer ins Auto und hin. Ich werde die genau angeschaut. Warte mal, wie passen wir in den Barracks? Das wäre jetzt interessant. Hör an, Alexi. Oh ja. Wenn du rausfliegst, du mal Marsch. Wer ist die Kiste weg? Wir fahren hier. Kann man die während der Fahrt ablegen, die Kiste? Also, wir fahren mal. Gucken, das sucht gar nicht aus. Ja. Also, Shadowfighter, Lexi und Herbert und ich fahren schon mal vor, ne? Äh, Schnauze. Ja, ohne Scheiß, wir haben hier nicht Kisten geladen. Ja, dann solltet ihr hinten fahren, Alter, bevor ihr abgeschossen seid. Nein, wir haben ja ein schnelles Fahrzeug. Ihr habt einen Ranger, oder nicht? Soll ich mal eindrücken? Das übelst schnell. Was? Du die Kiste dann. Ja, er zitiert auf ganz alleine fahren. Warum? Kunder ist es doch nicht mehr. Er fehlt hier vor allem alone. Was ist? Was will ich noch fallen? Ja doch, aber wo seid ihr? Wir sind vorgefahren, weil wir haben drei Kisten, und wir gehen schnell ab. Und mit Enforcer hätten wir mehr mitnehmen können. Wir brauchen einfach keinen SVT. Ja, wie ein Bus, so ein, so ein, so ein Coach. Ja, natürlich, ist aber mit einem neuen Update, ist das dann auch? Äh, wollen wir nicht Highway fahren? Ja, die fahren Highway. Ja, ne, mit dem nächsten Update ist das dann. Tom 2 1 0 und 2 hat den Channel getreten. Wo seid ihr? Wo bist du? Was bist du? Ich hab sogar einen Coach. Also passt doch. Wir brauchen das dann auch einen Coach. Wo seid ihr? Ich hab Fußballcoach. Wir sind hier. Wir sind hier zusammengelebt worden. Du hast deine... Warum hast du die Zeit gemacht? I don't know. Jetzt liegt deine Kiste da. Na, na, na. Ich hab ja auch nicht. Seid ihr geflippt? Hebt sie auf. Nee, es sind die... Es sind die... Es sind die... Es sind die... Das sind die Magazine. Gib auf. Kann nicht aufheben. Bro. Warte, jetzt. Hey, hey, Firdre Grimes of Highway. Ja, dann... Warte, warte, warte. Warte, warte, ich hab da nicht, ich gucke auf... Nee, der ist Private Skin. Nee, der ist nicht Private Skin, glaube ich. Ja, ich hab schon so langsamer. Warte, muss gegen das. der Zug kommt von hinten er war die Proof gibt Asanzine Asanzine und Bro warte 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 die von weiter nicht geben nicht geben und was fehlt Junge hat ja irgendwie wird wieder abgesperrt Ja Zappi und ich haben beide gemeinsam abgesperrt ja warte mal darf man im Helikopter SVT abgeben und das wird mal üben zu spielen das ist ja mies und mega mies alle hängen sich dann dran habt ihr schon das 1-4 Video gesehen? nee, kann man nicht dranhängen geht nicht, aber reinsitzen also man muss ja alle setzen sich in so einen Coach ja, aber man kann doch einen Karkobob Kisten reinlegen oder? oh ja, mein Coach Karkobob ne, Leviathan und der SVT annehmen das ist so ein Transporthelikopter, der muss doch Kisten nehmen wenn den Leviathan den SVT wegfliegen treib'n mal das Restige Team an, die haben uns lebensgerät wir brauchen ein Leviathan Maxi, mein Filme wird auch ein Leviathan das ist mein Filme muss dann du bist bestimmt in der Firma, warte und nach Solutions, ich wusste es, da war ich auch schon mit der Vorausgabe, weil die Schule ist die Schule ist die gehört Chef, ich will nicht mit Chef einer Firma, da denkt er was ja Chef von Dennis er macht immer so, ich weiß noch eh, was ist Incas und Channel das ist ein cooles Film Incas hat gestern, äh, äh, nicht da rein gestern so Incas, gib bitte raus, du hast dir so, ja gleich bist du geboren, äh, was, ich lass mich mit Rest dir ansprechen äh, einfach weiter vor wo ist der SVT jetzt? SZT ist hier ja er flippt schon was SZT ist jetzt hier lass, lass, lass lass ich steh mal vom holen, Janni die anderen küssen okay SZT ist hier doch eh gleich schon da ach nee, dann dann legt uns mit da hin dann wird das jetzt ich bin zu ich bin zu Laura, wie fühlst du hier? Wo ist der SVT? Der SVT kommt. Der SVT ist da. Die sich einfach niemals für den SVT interessieren. Alle hier einfach auf dem Auto herumliegen. Ja, ich hab grad einen Spieltort gemacht mit SVT im Hintergrund. Ich hab grad einen Spieltort gemacht mit SVT im Hintergrund. Warte, äh. Yo, man niggas. Oh, man niggas. Hi. Niggas. Ich muss natürlich wieder einen Vordergrund geben. Du, du hässliches Abfallgesicht. Warte, ich leg mich vor euch zu hinlegen. Ja, und wer macht's Grinchart im Post? Das ist nicht mehr zu faul. Warte, ich mach einmal kurz. Ja, der eine mit. Ja, ich bin glaub ich mehr eine Methode. Ich muss aber kurz alles wegmachen. Anzeige. Einstellung. Los. Ab. Niko möchte ich sich zu uns legen. So. Warum ist Niko so weit weg? Ja, komm. Wer ist Niko? Wer ist Niko? Wer ist Niko? Ja. Hast du schon ein Bild gemacht? Mehr als eins. Also ich muss meinen scheiße Einsatzheim abnehmen. Jetzt ein Bild ohne Lexi, dann ist es schöner. Achso. So, danke. Boah. Wir sind nach vorne gerutscht. Weißt du, wir sind nach vorne gerutscht? Der längste Fan wissen, dass du das Auto nach vorne gelesen hast. Der kommt jetzt nach vorne in die Stadt rein. Der nächste Fan hat uns jetzt erstmal zu beiß. Der müsste schön an Leute vorbeifahren. Der müsste das FBI mal hier in den Nachbüllen. Ja, mach mal. Nein, ich hab keinen Führerschein, ich zeig dir nicht. War doch recht, so. Du musst die Lagerbänder aufheben. Nein, MZN, wenn du noch mal fragst, dann schmeiß dich vom Auto runter. Ja, Bangs. Aber wer ist da aufgestanden? Ja, gut, guck mal, wie ich hier leg. Wir werden kurz vom Runterfliegen. Na egal, unwichtige Männer werden verloren. Krasse, Kipp. Oh, Janni, ich hab die perfekte Sitzposition, um mich runterzutreten. Also bist du der Erste. Ja. Wenn du mich runtertrichst, dann baulich. Habt ihr gesagt. Alter, du, Janni, es redet sich auf der Kante, Mann. Wenn das auch nicht so schlimm. Ich kann gar nichts sehen, MZN ist so dick. Alter, Lexi, gib doch mal gar. Was ist das, der Lexi? Ja, wir werden es jetzt vor meinen 25 kmh. Boah, echt geil, das werden wir schneller. Mach das Gejaula aus. Das ist ein Run-Puzzle, Janni. Anstatt, dass Nico die Laufe auch nicht rauskommt. Ne, Mann, da muss ein Spielverderbaut werden. Ne, wir machen gar nicht. Das gibt einen Anwalt für ihn. Hast du gehört, Nico? Nico die Laufe. Er ist 25, kann ich nicht fahren und packt hier rum. Gerade der eine, der zwischen Fahrerkabine und Einsatzkabine sitzt. Du meinst Tom, der da hoch und runter sitzt? Der ein menschlicher Vibrator ist. Ein Puzzle für kann sie gut gebraucht, ne? Ja, das schon, ja. Das mal so zum 3-Wand-Klaff-Hande-Ortbar ist, ist ein Imbar-Wurst. Jo, was war das denn, Alter, Janni? Was ist denn der? Oh, Emea, okay, vergiss es. Die Blitzer wollte ich nicht aufheben. Ich wollte die Objekte, die von uns da platziert wurden. Egal, irgendwer darf gleich neue Blitzer aufstellen. Wer will? Ja, ich bin noch eins. Ich mach, ich mach. Okay, gut. Wir sind auch bald da. Ja. Keine Angst, der Zug kommt nicht. Bum, kaputt. Äh, Jannik, du kannst ja eigentlich auch gleich Vini-Respawn machen. Ey, Zappi. Fabi und Thor hat mich angeschrieben. Ja, irgendwann. Ich boll nicht. Ich soll ihn move'n. Oh, man muss den move'n. So, Vini-Respawn. Gut. Guck mal crazy, Leute. Zum Glück ist der Handy vom Vini, Alter. Da war grad ein Yakuza. Ja, und? Unwichtig. Alla. Oba. Ist ja kein Drive-By, wenn ihr jetzt schießt, ne? Nein. Nein. Alter, so'n so'n Ronda verfolgen, Mann. Und dann an auf Einschieb. Jetzt müsste man sich noch festixen können. Das wäre geil. Das kommt noch. Aber man kann locker nicht auf'm Endfosse. Oh, Jannik. Jannik ist da. Und noch die Kisten. Du musst die Kisten jetzt manuell abladen. Ist doch perfekt. Kann locker man kann, sich aber nicht auf'm Endfosse festixen. Das wäre... Ja, aber würde Sinn machen. Guck mal, da oben ist ne Luca zum Hin-Hin-Raus-Gucken. Ach, du Scheiße. Nein, die ist eigentlich nur, wenn ich einen gefurzt hat. Ich stecke fest. Nico unterstrich, die Lauro ist zu Zuzabdi. Streifen Bereich 2 gewechselt. Du bist nur da, wenn du da hinten drin sitzt und immer pupsen musst, dann den Luca auch. Ja, deshalb bocke ich jetzt hier. Alles klar, der Taller. Schöne auf, halt. Alles klar, du machst es jetzt. Alter, pass auf, nein. Wenn wir einen Platten bekommen, sind wir alle tot. Ach, du Scheiße. Mach die Nerven, wenn er da wieder wegkommt. Aber Angry Birds, du kannst alle gleichzeitig löschen, ne? Ja, ich weiß. Ich hab die ja nicht platziert. Muss ich's Schellofalk da sagen. Ja, aber du kannst trotzdem alle gleichzeitig löschen. Wegen Rang 4. Ja, aber ich bin FBI und er ist... Achso, du bist auch FBI. Klar, ich bin PD. Sorry. Oh, fehl. Da kommt ein Street Racer, den Rame macht. Oha. Oha. Ich muss mir jetzt so schreiten. Agent Down. Wir müssen auch für Wacken rein. Ja, Fouca K. Immer nur die Rang 4-Rachter-Gruppe. Ich sag... Fouca K. Ja. Also, ich würde mich jetzt keine Blöcke machen. Hallo. Weckst du, du bist Bein. Nimm deine Fries aus meinem Gesicht. Nee. Ey, du bist... Nimm mir mal. Klaus, Mann. Ey, du hast... Mensch, SCVO, Schaller... Ey, der hat Fouca Kaffee gemacht. Ich hab gebeinet, Junge. Das ist gespielt als Bein. Ja, du... Warte, ich beine, ich beine gleich. Verkäst du, oder? Konzert, seriös. Ja. Ah. Wir wenden kurz und dann beenden wir. Wir wenden kurz. Ja, manche ist der Gamer. Manche ist der Gamer. Ja, der ist unwichtig. Der ist unwichtig. Ja, so. Nein, wirklich, bitte. Oh nein. Oh, komm, das Bücher. Ich seid mir zu anstrengend. Oh, ich auch. Ich seid meint euch zu anstrengend. Da, ey! Einfach eine Maskeninskursation hier. Nein, du kannst dich von hinten draufsteigen. Wallah! Angry Birds, lass die Bräume direkt hinhocken. Ey, ich mach einen noch safe. Oh, Leute! Geht mal weg! Mach dich nicht so breit. Ich bin dein Kleiderschrank nicht, deswegen muss ich mich auch hier breit machen. Oh, oh! Get out of my way! Jetzt legt euch hin da oben. Moment! Sexy, Moment! Ach so, einer, einer steckt da hin. Ja, dann guck mal. Komm, am besten noch eine Farbkappe. Jetzt, jetzt kann ich guten Bild machen. Danke! Danke, Klaus. Mal bilden wir auf einmal kurz rechts ran. Lass ihn Klaus überholen. Jetzt! Und jetzt müssen wir alle einzeln, äh, nacheinander sehen und gehen und einen guten Tag machen. Oh, warte, ich will einen guten Tag machen. Ja, das stimmt. Ja, was soll denn? So, jetzt ist der Nächste. Ihr macht ne Reihe. Oh, Mann, die Kerl. Oh, Mann, die Reihe auf. Kannst du mir ne Reihe stellen? Schau mal weiter. Reihe bilden. Jetzt müsst ihr, ähm, ne? Weil wir so nen Kopf aufkommen. Hallo, bildet ne Reihe. Dexy, du auch. Genau ne Reihe bilden und jeder fallet einmal den Ausweis an. So, Shadow. Du fängst damit an. Du schreibst jetzt einmal nochmal guten Tag. Danach ich und dann machen wir die Reihe nach und wir stellen uns immer hinten an. Ok. 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 Ok, dann musst du jetzt nach hinten gehen. Ok, dann musst du jetzt nach hinten gehen. Ey, so ein Dauerschleifer. Ach, ich guck mal. Ach, der grüß einfach noch jeden, ey. Hahahaha Haha Schälle macht hier was jetzt Paktinamen, aber danach mach ich Ah Leute, jetzt hab ich mal Radio platziert Get out of my way I'm a cop Achso, sagt die Zündung. Das möchte ich immer so machen. Mit Hütchen hab ich dann. Ich hab's gemacht. Ey, wir machen nur ne Massenverkehrskontrolle. Wir haben uns nicht verstanden. Ey, ey. Was? Ey, ey, nimmst du auf? Ja, natürlich. Massenverkehrskontrolle. Ja, älter. Das wird sich auch so machen. Ey, wir klopfen auf. Hauptsache alle so schwer bewaffnet, ey. Außer ich natürlich, dass ich das hole. Ey, wir klopfen auf. Seppi, du steckst in mir. Ich will das nicht. Mal Lexi, du hast den dicken Boring da so zwischendurch. Ja, natürlich. Oh, sehr, sehr. Schönger will grad den Ausweis nicht zeigen. Ah, jetzt. Wann kommt jetzt die Kontrolle? Also danach müssen wir nur noch durchsuchen. Weil wir wirklich seinen Kopf nicht danach nehmen. Ja. Darf ich gehen? Also durchsuchen geht ja schneller, weil er dann immer in die Arschrank. So. Mann, Lexi, langsam reißkippen. Hehehe. Ein fetter Wichser, ey. Ein fetter Wichser, ey. Ein fetter Wichser, ey. Okay, er ist nichts dabei. Hehehe. Ah, da müssen wir sicher gehen, ob er wirklich nichts dabei hat. Also da muss jede Stelle durchsuchen werden des Körpers. Ja. Ey, den Kopf haben wir auch nicht vergessen. Ja, das machen wir danach. Also hier, ich hab gehört, positiv macht eine besondere Durchsuchung. Oh, oh. Oh, Scheiße, welche Bind waren das? Oh, ich hab sass geschrieben. Ja, du bist doch ein Nagelbänderter. Also Shadow war Fan, ey. So viel weiß ich noch. Das ist ganz nah im Arsch. Ganz toll. Ich war hinter dem schwarzen Herbert. Danke. Hey, warte, warte, warte. Wer hat Sand im Arsch? Ich war hinter Herbert, das weiß ich. Ich war hinter einen Konrad. Ich war hinter Shadow. Du. Ich weiß nicht. Nur Shadow kommt nicht mehr in die Reihen. Junge Alter, langsam aufrecht ich dich töte den Geil. Geh doch weg. Kannst du ihm schon Beampenbelästigung geben? Mhm. Er ist umgekehrt. Ich bin zweimal in der Nacht. Und danach müssen wir uns auch alle einzeln verabschieden. Ja. Oh Alter, das hab ich schon gemacht. Also, neue Regel. Jetzt müssen alle BDler zu einer Verkehrsrolle kommen. Oh Gott. Jetzt nur noch verabschieden, dann sind wir fertig. Leck den Fieberforteignler. Wollen wir gleich den Xlava-Typ da abknallen? Habt ihr alle schon irgendwie gehört, dass du den Kofferraum durchsucht? Ja. Gut. Wer verabschiedet sich jetzt als Erster? Äh, Shadow. Müsste der Erste sein. Ja, ich bin der Erster. Oh. Ja, dann tausch mich kurz. Hallo, ich bin hinter Shadow. Tausch mich noch mehr? Ja, ich bin hinter Shadow gewesen. Hallo, Shadow war hinter mir. Ja, vor mir. Ich dräng mich immer gerne vor. Ich dräng mich immer gerne vor. Ich dräng mich immer gerne vor. Ey, Lexi. Ich, ich, ich... Egal. Nächstes. 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 Wollen Sie bitte aufstehen? Bleiben Sie geschmeidig? Ich dräng mich auch. Ich dring mich immer wieder. Ääh. Ey. Sag aufstehen. Danke. Weg da, ich bin zuerst. Ich war hilfvoll x-ideal. Ich bin ja oben. X-Image. Willst du gehen wohl jetzt? Lass mal diesen X-Image-Energy-Bein. Ne. Der ist schade. Der isch. Und Nargewänder weg. Uha. Okay. Slash es gut. Watt hat die... Ey, das nennt man Mannschafts-Transporter. Lass mal auf ihn schießen! Er fragt, in welches Fahrzeug er steigen soll. Ja, in welches! Schreibt da, wo es Wort draufsteht. Guck mal, er hat sogar hingefroren! Was für ein Service! Von folgenden Leuten habe ich noch keine Erlaubnis, dass du die Stimme aufzeichnen darf. Herbert, darf ich deine Stimme aufzeichnen? MC-Enter? Ja, hast du dann schon. Zappi? Ja. Darf ich deine Stimme aufzeichnen? Ja. Ein Positiv? Ja! Ja! Wie ist es? Ja! Okay, danke, dass Tag ist so weit ein, außer ich sich im Grunde noch drauf. Überlehren, das ist die Genehmigung natürlich jederzeit. Widerrufe, dann können wir bereits höchentlich aufmerksam sein. Nimm da ein bisschen Schein rein, Allah Allah Allah! Wir haben alle dazugestimmt. Ich habe keiner wieder erinnert. Nein, ich nicht. Die Lauro ist der einzige Kopf, der ordentlich... Oh fuck, ich feiert fast so ein Tochter. Oh oh oh! Oh ma! Kann man ja mal der Tata ausmachen, da geht ihr mal richtig auf die Eier. Ja, los, der klemmt mal aus. Oh, das wird jetzt... Das wird jetzt... Das wird jetzt... Einer hat die Tür öffnen, bitte. Ich mess ab, ja? Ich öffne. Ach guck mal, ich habe die Tür auf. Warte, ich mach Tür auf. Ich öffne. Nein. Hör ich, komm mal. Hör ich, komm mal. Mach ich einfach auf. A-D2 klemmt. Wir brauchen auch. Ey, warte. Das kann nur Lexi öffnen. Nein, wir haben alle. Jetzt, jetzt lasst es öffnen. Oh, Leute. Okay, nur Lexi öffnen die Tür. Hallo. Hallo. Tag im Truck ist Rauchen verboten. Okay. Jetzt öffnen. Oh, oh. Hilfe. Hilfe, ich bin eingequetscht. Boah, Jörg. Jetzt ist nur die Frage, wer einknastet. Komm, wir versuchen alle. Nee, wir würfeln. Erstmal. Wir sagen alle Würfel. Ich würfel mit. Ja, was hat schon gemacht. Boah. Oh, Mann. Oh, ich hab ne Eins. Super. Okay, jetzt. Jetzt wird der andere drauf. Vielleicht außerhalb der Garage. Äh, ich slavatur. Er möchte mich nicht stellen. Er möchte mich nicht stellen. Alle Würfel. In der Garage. Ja. Ja. Hallo. Wie geht's? Das sind unsere Top-Schützten. Auf dem Fahrzeug. N-T hast du nicht gerade gemacht. Nee, gib ihm Headshot. Ey, die Sniper kann eben auf dem Fahrzeug bei Aktion stehen. Ey, lass mal das Wortschütte gehen. Oh, ne, nicht Wortschütte gehen, Alter. Das ist ganz großer Spiel. Boah. Ich hab da den größten... Der darf alle... Angry geht Wortschütte. Ja, wie süß man? Ja, okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Opa. Jetzt... Einsteigen oder los. Ich fang los. Tom 2102 ist zu Zomek und Töhl. Sieben Wortschütte ist auf dem Fahrzeug. Ich hab keinen Bock auf Sniperzeige, Schatz. Warte doch. Angry Birds kommt. Und Kunai kommt auch gleich noch. Wir müssen gleich eh nochmal alle aufs. Ja, wenn ich da oben fahre... ... will ich nichts sagen. Ey, klar, ich sag's nicht. Wir müssen gleich eh nochmal alle aufs Auto steigen, weil die Garage uns wieder runterreißen wird. Nein, nein. Ich steck hier einen. Gib kurz. Oder ich hol... Warte. Oder ich hol einen zweiten Enforcer. Nein, nein. Alle auf einmal schon. Legt euch hin, dann kommen wir durch. Nein, das passt. Die Hitbox beim Schieben, die sehen wir jetzt. Au. 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 Da! Hammare macht bis fast zu. Denk mal, wir kommen jetzt alle mit einem Enforcer da an. Ja, der ist in einem Gebäude. Wo waren die zuletzt? Glaub hier ist Federetten. Jetzt... macht hier hin, ey. fahren los! Ja. Wir können nur mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km auch fahren, deswegen... Was wenn wir 26 fahren? Was? Was wenn wir 26 fahren? Naja, wenn man zu schnell fährt, bugt die dann irgendwann rum. Ah scheiß drauf, gib los, gib goooos! Ich bin Hitler, um jetzt auch dich, gib goooos, gib goooos! Move, Bull, I'm trying to save the world here! Hingbergs hat ja jetzt bugt die richtig... Ja, fahr mal ein bisschen schneller! Get out of my way, I'm a cop! Äh! Das Ding hat den Channel betreten! Wir haben King und Baden uns alle wegen noch ne What-Race-A-Fuck! Oh! Was macht das? Baba! Ich hab nichts gesagt! Lexi! Lexi! Gesagt, wenn man schnell fährt! Ich glaub das nicht! Wir benehmen uns natürlich! Wir fahren nur Streife zusammen! Oh, ich hab auch neues Auto! Welches? Zeig dir, wo bist du? Komm zu uns! Da wurde! Wir waren ne VKK, da war ich hier in Kusa Base! Kusa Base! Kusa Base! Ja! Fand in Richtung Bank! Ja! Mit 25, 25 km! Mit wie viel? 25! Also, holt's uns eins! Lexi! Elf, bitch! Oh! Da fahren wir jetzt mit Vollgas hin oder was? Ja, ja! Bis da ist schon Vollgas! Oh, wir verstecken geblieben oder was? Schiax hat jetzt ja... Wann lass das Typ ist Ottbar! Ja, Schiax hat sein Handy an der Tankstelle für den Country vorbei! Der ist in Bayside am Mora! Wo sind wir jetzt? Äh... Hier! Casino! Ah, wir müssen alle ins Casino! Ja! Wir sehen uns gleich eine Bank! Genau, wir fahren jetzt! Eine Bank! In Japan, wir wollen noch viel viel mehr! Wo... Wo ist denn der App? Was denn? Hä? Wo oben ist ein King drin? WTF! Ey, alle hinten! Ich bin jetzt irgendwie übers zu Ding gekommen! Hallo! Ich hab sehr spezielle Fähigkeiten! Ey, lass mal dein Ding runterkriegen! Das Ding runterkriegen! Ding hat's gehört! Du sollst dein Ding runterkriegen! Oh! Alter! Da wird angewertet! Was ist denn mit Herbert? Ja! Haha! Ich hab spezielle Fähigkeiten! Nein! Was schubst du mich runter? Alter, Anpassität kriegst du dir jetzt hier! Wer's fetzt! Das ist denn hier irgendwie! Geht nicht! Wir machen eine Animation! Jo, was geht! Boah, jetzt! Herbert! Ey, ich hab auch das nix so! Herbert! Also wenn gleich WET ist, ne? Herbert ist glaub ich auch da! Wo will ich denn jetzt? Oh, oh! Ich bin an King, du auch durch dein Fetschmich! Oh ja, moin! Hallo Leute! Moin! Kann nicht mehr zu sein! So, wir machen! Hey! Und was hat King heute geladen? Swatner! Und mitnehmen! Ne, zum Wegschmeißen! Gott, dazu mitnehmen! Und wegsägt! Ja, und legst irgendein Positive! Ja! Weiß nicht! Wenn's so schnell Farbe runtersteilt! Oder wegpackt! Ach, das geht schon! Ne, guck! Also hier packt man nicht so schnell raus! Was? Gar nicht! Hilfe! Egal! Verwaltest du! Ente! Wo dich? Ja, danke! Er ist ein Shadow! Ja gut! Die steckt! Hier oben ist gefährlich! Hilfe! What? Nein! Ente! Das ist mein Platz! Du bist so Schingelschissen, oder? Ich hab mein Gewehr markiert! Der Schinger schießt auf mich! Er hat nicht auf sich geschossen! Er hat auf dich gesche... Scheiß! Ich bin gescheißen! Ich bin gescheißen! Du mal gucken, wo können wir denn den Volker kamen? Ja, ich rutsche ich nicht! Ach du Scheiß, das gefällt nicht mit der Ampel! Hey! Gut hier in das Wort! Ach, der fahr! Ah! Ah! Das war knapp! Da vorne macht jemand! SDM! Aufhören! Lass mal einen Mertel-Läufer zu nehmen! Bisschen, ja! Nehmen wir uns! Hä, Mertel, soll bitte offen mit extra aufrufen! So ein fett Betion hier! Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Hey wo seid ihr? Auf dem Dumpf. Hey, warum seid ihr bei der Bank? Also warum ist der bei der Bank? Was ist denn hier? Was ist denn der Clown? Hallo weg von Bitesch bitte. Wir haben die Barschland. Angry. Nee, das bleibt nicht weg. Steig doch mal ab. Versuch's doch wegzufahren. Steig doch einfach ab. Geht einfacher. Oh man, weil der eine hat sich da aufgeregt, kann sich nicht stören. Schön ist gerade eben. Wie lange von euch packt im Auto? Ich glaube das ist der Zivilist da unten. Diese Wundere macht Tom da. Ich glaube es sind einfach alles. Fuck. Nee, Zivis blocken mal so wie der Dumpf. Ich von der König der Welt. Aua. Aua. Hat Corsa kaufen nicht. Schmeiß den Mertzler runter. Au. Aua. Er hat zwar alles andere außer dem Dumpf. Schmeiß den Mertzler runter. Nee, lassen wir auch. Dann backen wir euch da voll. Schössig ist Mertzler gesagt, der Herr darf und tatsächlich FBA beworben. Mertz. 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 Als ob es die FBI bin. Nein. Nein. Ich bin zurückporten. Ich bin zurückgepackt. Ja. Mertz. Mertz ist immer noch in Portbar. Mr. Putin auch. Danke. Ja, die sind GW. Mord. Mord. Und lass mal TK waschen. Assassiner auch. Also gut. Die sind gerade GW. Ja, die TK waschen. Das go, 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 go. Ja, aber Schatz hier. Wo bist du? Wo hast du dich rausgekickt? Wo hast du dich? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was ist einfach so? Kann mich jemandem anrufen und ich wurde rausgeworfen. Anruf. Ja. Also in Real Life anrufen kann ich auch. Nein. Danke schön. Ja, schuldige. Machen wir es auch. Ja, weil... Können wir jetzt vielleicht ein Jahr rüber. Bei jedem bleibt ihr stehen, aber lieber nicht. Ja. Ja. Ja, du warst aufkart. Ich war aufkart? Du warst einfach zu fett, Digga. Scheiße. Komm rauf. Danke. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Bin ich nicht ganz so nah von euch. Ah, das ist nicht schlimm. Und sag ich, ihr seid weggefahren. Ich hab kein Problem, wo ihr seid. PC-Tankstelle, war so ok. Wo ist das? Ja. Ja. Da wo die ganzen unerführenden Fahrzeuge stehen. Nehm, Rescue. Nehm, Rescue. Oh, muss hier voll weiter hatschen. Ich bin Ballerspace gerade. Ne, da wird Rescue. Ich muss hier 500 Tonnen geben. Ja, kriegen wir drei ich nicht. Warte, 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 warte. Wir sind jetzt gleich mit der Funkstelle. Ja, wir sind gleich, ey. Wir sind Zug aufnütz. Wollte mich fahrerschen, oder? Ne, am Positiv bist du auch in Beauty. Ja. Warte mal. Oh, bleib doch mal stehen. Das ist voll unfair. Ich glaub, warte, ich bin an B. Ja, kann man zu warten, ist gleich mal. Manche ist das Transporter nicht an B. Ich bin da. Warte doch mal. Ja. Ja. Voll unfair. Ja. Du, ich würde nicht springen, ne? Alter. Und Xitive ist zu zu E-Custo. 7 Max 3 gewechselt. Ich wollte das nicht. Herbert aka Lucas ist zu zu Meck und Töl. Stellfleitung gewechselt. Oh. Oh. Ja, die oben sitzen die Pfannen runter. Ja, die haben eine Tanne gegen den Kopf bekommen. Ach du Scheiße. Danke. Okay. Oh. Genau. Wir müssen zum DT. Ich wollte mich unterzählen. Nein. 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 Genau. Ja, darum mit euch jetzt. Nein. Ja. Ja, okay. das gibt es auch hier im Fanz oder ich bin jetzt gerade in Bedienung komm ich im Moment